moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ja wir haben uns in der letzten folge der tatsache ist aufgestellt wenn ich da hinten zur insel kommt aus der luft geschlachtet nein komm kann doch nichts sein ohne feder ja ja wir haben uns hier auf jeden fall und plan gesetzt wo unser bereich sein wird das wird unser unser tor sagen dass wir setze ich mal ein bisschen anders wo hatten wir noch mal hier ist dahin ja und würde ich sagen wir nehmen erst mal unseren karten und dann bauen wir das da aus beziehungsweise erst die hütte da die hütte können wir so weit ich weiß von innen auf abschließen da sind sie schon alle das glaube ich werde ich nicht überleben dafür bin ich noch zu was noch jemand hier und dann noch jemand aber ich muss mich jetzt wieder waschen da sind wieder welche hast du mir schocken denn ich Hey. Oh, nika, nein! 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 Boah! Bipile! Ohohoho! Du hast hier entdeckt! Nice! Ich sehe zu, dass ich auf meine Insel komme. Es waren doch zu viele. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Oh. Scheiße. Folgen die mir? Ja, die folgen mir. Und ich haftiere gleich. Ja, die ist kalt und du bist nass. Bauern Feuer, um dich zu wärmen. Niedere Energie ist etwas. Oder ruh dich etwas aus. Du hast Durst, wenn du sauberes Wasser zu bringen. Du hast Hunger, wenn etwas zu wessen. Oh, nice! So. So. Dann würde ich sagen... Vielleicht... Und das erste... Vielleicht wieder sowas hier. Ah, nö! Ja! Jetzt, dass wir dich nicht tief warm. Ja! Wir gehen drauf. Das nicht. Ich dachte, wir gehen jetzt drauf. Habe ich noch Medizin? Eine. Eine. Eine Medizin habe ich noch. Und jetzt. Habe ich gedacht... Das Ding bauen wir dann erstmal gleich. Und dann können wir da vorne... hier, äh, alles aufbauen. So, Essen ist fertig. So. Und... Genau, ein bisschen Alkohol süppeln. Kann ich irgendwie mich auswundern. Bin auch ein bisschen zu blöd, äh... ein Bett hier... mal zu kriegen. Aber Ziel ist es jetzt für mich, äh... ein Bett aufzubauen. Irgendwas, womit ich pennen kann. Damit ich auch freichern kann. Damit ich auch die Aufnahmesession für heute beenden kann. Auf Nö! Nicht! Das ist mein Land. Und mir ist kalt. Mein Feuerzeug wärmt mich nicht gut genug. Warte mal, ich hab hier doch irgendwo... da. Das war... nicht so wie erwartet. gut. 扭! Komm! Komm! Die Boxen sollt! Komm mit dir! Nein! 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 Ein Bogen wäre jetzt schön! Oh! Scheiße! Ja! Ich glaube ich werde jetzt bald drauf gehen. Sollte ich diese Runde verkacken, drauf gehen, so sterben, beginnen wir zwar ein neues Spiel. Aber dann suchen wir uns nicht so eine Insel. Sondern wir schauen, dass wir irgendwie anderweitig was haben. Und uns eine kleine Siedlung da irgendwie bauen. Niedwerkenergie ist etwas oder ruhe ich etwas aus? Ja, ich werde sowieso gleich drauf gehen. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Wenn ich da rüber schwimme, dann erfriere ich und werde von denen verkloppt, weil die alle als Gruppe da sind. Und wenn ich da auf der Insel bleibe, dann verhungere ich und verdurstig. Was? Sind die da hier hoch? Können die die sehen? Ich grüße die jetzt nicht, doch da hinten. Lass die jetzt nicht hinkommen. Ich grüße die jetzt. Ich kann nicht mal mehr rennen. Das ist gleich vorbei. Vorbei mit dir. Jetzt bin ich auch so dumm und lauf hier im Dunkeln durch die Gegend ey. In der nächsten Runde bauen wir uns direkt so ein Haus. Und schließen das immer, wenn die Urinwohner sind, ab. Ja, du hast Hunger, finde etwas zum Essen. Du hast Durst, finde sauberes Wasser zum Trinken. So. Alkohol haben wir das letzte Mal noch. Aber wir werden klar gleich verhungern und verdursten. Ja. 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 Federn kann ich nicht essen. Ja. 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 Ich brauche jetzt das Geflügel. Ich brauche es jetzt. Ich brauche es jetzt. Was? Ja, essen. Gut essen. Ich habe beide draufgelegt. Können wir vielleicht doch noch überleben. Und dann sammeln wir noch 10 Glätter und 13 Stöcke. So. Das schaffen wir. Das können wir vielleicht doch noch schaffen. So. Das machen wir wieder aus. So. Das lasse ich mal da stehen. Jetzt brauchen wir eher Glätter und Stöcker. Glätter und Stöcker. So. Haben wir schon mal 10 und 10. Und die Frage ist dann, was ist dann gleich wichtiger? Zuerst die Mauer oder das Haus? Ich glaube, das Haus ist wichtiger, als der Kanickel. Da war das. Das Haus ist wichtiger, meine ich. So. Und. Hopp. Ja, das hier können wir noch mal so machen. Bis hier. machen wir später gab es hier nicht vielleicht kommen wir später auf diese insel zurück jetzt erst mal eine zelte aufbauen dann steigen können und dann vielleicht anfangen die hütte dazu bauen ich könnte nach und nach die insel auch schon mal künftig oder zumindest den safe spot will ich haben ja wir machen zuerst die hütte auch näher da rennen die schon wieder da rechts und schafft mich ja richtig aus so 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 baumstamm anscheinend nicht so paar stöcke brauchen wir noch zwei die nehmen wir dann eben noch ganz schnell mit so 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 hier so 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 Das war's für heute. Ein bisschen Holzlammeln drauf. Da sind die wieder. Das war's für heute. Die CD? Die CD ist gerade nicht. Komm. Und den hier noch. Das war's für heute. Ist da irgendwo noch ein Baum schon weggerollt? Das war's für heute. Da haben wir noch zwei. Das war's für heute. 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 Komm. Den packen wir uns. Der ist alleine. Komm. 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 Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020